Moin Moin Matrosen, hier ist der Klabautermann. Herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video. Es geht auch um The Long Dark. Das hier ist der Twitter Account von Hinterland Studios. Und die posten in regelmäßigen Abständen immer mal wieder hier so ein Join Us. Das heißt, sie suchen Mitarbeiter und haben da Stellenausschreiben offen. Ich habe das Ganze auch schon ein paar Mal getweetet und habe mich immer gefreut und dachte, hey cool, die haben gerade irgendwie einen Lauf und stehen finanziell scheinbar auch so gut da und haben genug Arbeit, dass sie Leute einstellen. Bin jetzt vor ein paar Tagen auf einen Eintrag bei Reddit, da in dem The Long Dark Bereich gestoßen, wo Mr. Investigate Torm geschrieben hat, dass er sich mal ein bisschen genauer die Teamseite von Hinterland Studios angeschaut hat. Also das, was sie in ihrem eigenen Blog sozusagen veröffentlichen, wo die Macher des Spiels alle mit einer kurzen Biografie abgebildet sind. Und ja, hat sich die angeschaut, hat dafür das Internetarchiv Wayback Machine verwendet und hat festgestellt, seitdem die Seite sozusagen online ist, 18. Juni 2015 bis Oktober 2016 gab es mehrere Veränderungen auf der Seite und diese Veränderungen hat er alle mal nebeneinander gestellt und spekuliert da jetzt, ja, inwiefern, also die roten Dinge, die roten Kreuze heißt, da hat jemand das Team verlassen. Die grünen Kreise sind Leute, die zum Team dazugestoßen sind und analysiert jetzt sozusagen in seinem Artikel, dass in den letzten zwei Jahren mit ungefähr 15 Leuten, ja, die halbe Studiobesatzung es quasi einmal in den zwei Jahren verschlissen habe. Und kriegt dann auch in seinen, in den Kommentaren unter seinem Beitrag, kriegt ja Leute, die ihm beipflichten und die sagen, ja, ja, es ist ja so schon schwer genug, ein Team zu leiten und ein Projekt, ein Development-Projekt für ein Software-Spiel ist nochmal viel, viel komplexer und daher kann das scheinbar sein, dass man da auch Fehler macht und die Leute sich dann nicht wohlfühlen oder man die falschen Leute ausgewählt hat und die dann wieder gehen müssen. Es hat sich aber relativ bald, hat sich auch der Creative Director Raphael van Lierop hat sich zu Wort gemeldet beim Reddit und hat, ich glaube, es ist ein bisschen ironisch, hat er auch so einen Eindruck, es ist sozusagen ein bisschen, hat es ihn gepikst, dass Leute sowas analysieren und dann darüber schreiben, nice armchair analysis, also nette Lehnstuhl-Analyse, also quasi so aus einer bequemen Position heraus, dass man damit eigentlich gar nichts zu tun hat, eine nette Analyse und hat dann aber dargelegt, klar, es gab Leute, die haben nicht ins Team gepasst, es gab Leute, die haben sich beruflich umorientiert oder haben das Game-Development komplett verlassen und es gab aber auch Leute, die sie rausgenommen haben aus dieser Seite, weil sie als Freiberufler beschäftigt waren. Also hat er als Beispiel den CFO, also den Chief Financial Officer, also den Finanzchef genannt, wo er sagte, wir sind so klein und das ist so vergleichsweise wenig komplex, kann ich mir auch vorstellen. Was braucht eine Spielschmiede, die braucht Geld, um sich Software zu beschaffen und Hardware zu beschaffen, mit dem man eben Spiele programmieren kann, also Grafik und Sound und ja halt die Rechner, die das Ganze können. Die brauchen Räumlichkeiten und die brauchen Arbeitsverträge und Gehälter und jemand, der die Gehälter regelmäßig berechnet und auszahlt und versteuert. Ist jetzt überschaubar vom finanziellen Rahmen, da einen Vollzeitfinanzer für einzustellen, haben sie sich also scheinbar gespart und haben gesagt, wir haben den als Freiberufler. Immer wenn wir Finanzentscheidungen haben oder wenn da was getan werden muss, dann ist er mit an Bord und ansonsten ist er halt nicht Teil von Hinterland Studios, sondern wird immer dann eingekauft, wenn er gebraucht wird. Und ja, diese ganzen Freelancer-Funktionen haben sie scheinbar irgendwann mal gestrichen aus ihrer Teamseite. So, die sind dann quasi da rausgefallen und sagt, das ist halt auch ein Grund dafür, dass es so viel aussieht, dass es so viele rote Kreuze gibt. Also ich würde vermuten, dass das hier irgendwie in dem Bereich war, dass dann Leute rausgefallen sind, die als Freelancer unterwegs waren. Ja, was mir gefällt an dem Ganzen ist, dass er relativ schnell reingegangen ist und relativ schnell, relativ offen Position bezogen hat. Ansonsten bin ich natürlich auch schon am Scharren mit den Hufen und den Fingernägeln und Fußnägeln und allem, was ich habe am Kratzen, dass dieses Spiel rauskommt, weil ich sehr gerne spielen will. Finde aber nach wie vor, dass die mein Vertrauen haben, also sowohl wie ich hier den Twitter-Account von Hinterland erlebe, als auch diesen RavLive-Account. Und die posten immer sehr auf den Punkt, posten immer sehr regelmäßig und ich erlebe sie mit einer sehr offenen Kommunikation, auch dass sie damals gesagt haben, nachdem sie den einen Veröffentlichungstermin gerissen haben, wir wollen nicht nochmal einen Termin in die Welt setzen, außer wir sind uns ganz sicher, dass wir ihn halten. Da sind sie ja mittlerweile auch relativ strikt so. Und das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sie sagten, als es im Winter letzten Jahres nochmal ein Update gab, dass sie sagten, das ist das letzte Update vor dem eigentlichen Spiel-Release. Die paar Update-Ideen, die wir noch haben, die fließen dann damit ein und sie sind wohl hauptsächlich im Moment am Arbeiten von Story-Sequenzen, also wo quasi die Geschichte erzählt wird, wo sie ursprünglich wohl eine Version hatten, wo die in 2D waren, diese Geschichten, die erzählt wurden. Das heißt, man konnte mehr sich zurücklehnen und zugucken. Und da sagen sie wohl, das ist nicht der Anspruch, den wir haben. Wir wollen gerne, dass diese Story-Elemente passieren, während denen man in 3D zwischendurch gehen kann. So, das ist zumindest das, was ich verstanden habe. Ich hoffe, ich habe das nicht völlig irgendwie jetzt aus dem Zusammenhang gerissen und missverstanden. Ja, und sagen halt, wir sind in der luxuriösen Situation, dass Hinterlandstudio nicht irgendwelchen Investoren gehört, die dann regelmäßig irgendwie ihr Geld sehen wollen. Und dass dann Spiele veröffentlicht werden, die noch gar nicht wirklich, wirklich fertig sind. Sie sagen, sie haben schon in Spiele-Teams gearbeitet, in Development-Teams, in denen das so war, dass sie dann irgendwas veröffentlichen mussten und genießen es jetzt, dass sie bei Hinterlandstudios sind, was im Privatbesitz ist und was eben nicht diesen Zeitdruck hat und diesen Zeitdruck aufbaut. Und dann kommt das Spiel halt erst, wenn sie das Gefühl haben, jetzt ist es fertig. Ja, soviel die Geschichte zu den aktuellen Gerüchten. Und hier ein Ausblick vom 22. März von Raphael. Er sagt, Also ich übersetze es für mich so, dass bald ein nächstes Update kommt, sonst würde er ja nicht schon anfangen damit rum, Spekulationen sozusagen zu wecken. Und dass sich wohl am Aussehen, am Look des Spiels nochmal was verändert hat, dass es jetzt wohl richtig, richtig gut aussieht. Und ja, ich bin gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt von dem Spiel überhaupt, was ihr von solchen Gerüchten haltet oder von solchen Analysen. Ich meine, das sind ja alles öffentlich zugängliche Daten. Und schreibt mir gerne, ob ihr solche Hintergrundinfos gerne auch weiterhin als Video sehen wollt oder ob ihr sagt, das ist nicht so eures. Und dann schreibe ich vielleicht das nächste Mal ihren Blogbeitrag drüber, statt ein Video zu machen. Soweit erstmal. Schöne Grüße vom Klappautermann. Macht's gut. Ich freue mich über jede Form von Kommentar, von Daumen und von Teilen dieses Videos. Haut rein. Bis denn. Der Klappautermann.